Irgendwie merkwürdig, dass alles so rund läuft. Irgendwas Schreckliches wird passieren, oder? Jemand wird verhindern, dass ich ein gutes Foto kriege. Ich kann es fühlen. Aber wer sollte das tun? Ach, für diese unglaubliche Demütigung wirst du bezahlen, Gumball Watterson. Ja, Papier gehört in die Recyclingtonne. Ach, recycle dich selber! Keine Ahnung, wer mein Foto ruinieren will, aber das ist das Problem. Wenn mir nämlich niemand einfällt, dann könnte es jeder sein. Ich habe Angst. Du nicht? Panische Angst. Aber mein Gesicht kriegt das nicht hin. Okay, jetzt sind wir sicher. Ah, pass auf! Direkt neben dir steht ein koboldartiger Freak. Lauf! Was? Wo? Mach dir keine Sorgen, Gumball. Lauf! Es ist furchtbar! Was meint er denn bloß? Wo ist es? Glaub mir, Mann, alles okay. Momentchen mal, du bist der Kobold, von dem er spricht, nicht wahr? Klar doch, ich bin der Kobold, Gumball. Hahaha! Als könnte man die Luft schneiden. Es ist dieses Geräusch. Welches Geräusch? Das Geräusch, das sie in Horrorfilm benutzen, wenn gleich was Schlimmes passiert. Zum Beispiel. Es ist Tina. Was ist denn mit dem Licht los? Keine Ahnung! Lauf weiter! Wo ist sie? Das war jetzt ein bisschen antiklimaktisch. Ja, aber was ist das mit dem Licht? Nachttag! 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 Oh, langsam glaube ich, dass doch niemand mein Foto ruinieren will. Ich weiß nicht, warum wir uns Sorgen gemacht haben. Es ist nur ein Foto. Jetzt passiert das Gumball. Das ist es. Siehst du, wie er auf uns zukommt. Lächelt wie immer, obwohl er stocksauer ist. Ja, er will Revanche, weil ich ihn vorhin vermöbelt hab. Er fühlt irgendwas im Schilde. Was? Was denn? Wie verteidigt man sich vor dem Unbekannten? Mit einem Präventivschlag. Hey! Es tut mir so leid. Wir haben vollkommen überreagiert. Ich dachte, du wolltest mich davon ab... Ist schon gut. Ich verstehe. Ja, es war ein Unfall. Naja, nicht wirklich. Ich hab's schon bewusst gemacht. Könntest du bitte das Stück neben deinem Fuß umdrehen? Äh, natürlich. Wieso? Weil ich die andere Wange noch hinhalten will. Ey, du bist so nett. Es ist echt zum Reihern. Jetzt wissen wir, dass niemand hinter uns her ist und sind fürs Foto sogar 20 Minuten zu früh da. Das kann uns nichts mehr stoppen. Gumball, Wartessen! Wo bist du? Komm her und kämpfe wie ein Mann! Unglaublich, oder? Zum ersten Mal in meinem Leben komme ich zu früh. Okay, na dann, Mann, los! Gut. Und du bist dir sicher, dass du mit diesem Gesicht zufrieden bist? Denn das ist das letzte Foto, das ich mache. Bereit, wenn sie es sind. Wie du willst. Auf drei. Eins, zwei, drei!